Wir lesen ein Wort aus der Heiligen Schrift, aus dem Brief des Apostels Paulus an Titus, Kapitel 2, Abvers 1. Der Brief an Titus, Kapitel 2, Abvers 1, es steht nach den Timotheusbriefen. Hier schreibt der Apostel Paulus, inspiriert vom Geist Gottes, Folgendes. Dass sie die jungen Frauen lehren, ihren Mann und die Kinder zu lieben, besonnen zu sein, rein, häuslich, gütig, ihren Männern untergeordnet, damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. Genauso ermahne die jungen Männer, dass sie besonnen sein sollen und erweise dich selbst in allen Dingen als ein Vorbild guter Werke mit unverfälschter Ehre, mit Ehrbarkeit, mit Ernsthaftigkeit, mit gesundem und untadeligem Wort, damit der Widersacher beschämt wird, weil er nichts Böses über euch sagen kann. Ich möchte nochmal mit uns beten. Lieber Heiland, wir danken dir, dass du uns auch diese Ordnung gibst für das Zusammenleben der Generationen in der Gemeinde. Herr, schenk auch uns Gnade und Weisheit, dass wir nach deinem Willen leben. Amen. Ich möchte zunächst eine Todesanzeige verlesen. Aus einem Gemeindebrief. Die Nachricht vom Tod unseres Bruders jemand anders, eines der wertvollsten Mitglieder unserer Gemeinde, hat uns alle erschüttert. Bruder, jemand anders hinterlässt eine Lücke, die sich nur schwer wird füllen lassen. Jemand anders hat unserer Gemeinde seit vielen Jahren angehört und er hat weit mehr geleistet, als man normalerweise von einem Menschen erwarten kann. Wenn etwas erledigt werden musste, wenn Hilfe nötig war oder man einen Zuhörer brauchte, wie oft hieß es einstimmig, da soll jemand anders machen. Gerade wenn Freiwillige gesucht wurden, so war es selbstverständlich, dass jemand anders sich zur Verfügung stellte. Jemand anders war ein wunderbarer Mensch, manchmal fast ein Übermensch. Aber ein Einzelner kann nicht alles tun. Um die Wahrheit zu sagen, man erwartete zu viel von jemand anders. Wer hat das verstanden? Ich hoffe, alle und nicht jemand anders. Nun, liebe Geschwister, wir lernen in der Heiligen Schrift, dass die Gemeinde eine Gemeinschaft ist von Geschwistern mit verschiedenen Gaben und auch Aufgaben. Jede Gabe beinhaltet auch eine Aufgabe. Wir wollen nicht bis zum Burnout arbeiten, keinen Leistungsstress machen. Aber der Herr hat jedem von uns seinen Platz gegeben in der Gemeinde. Und so hat der eine diese, der andere jene Gabe. Da freuen wir uns darüber und wollen sie auch entdecken und einsetzen. Und ich freue mich auch, dass bei uns in so reichem Maß auch immer wieder geschieht. Wir haben schon gehört vorhin von dem Unterschied zwischen verschiedenen Generationen auch. In der Botschaft des Bruders, der vorhin gepredigt hat, hat darauf hingewiesen, dass es damals, und das war auch in meiner Kindheit so, da gab es oft nur ein Telefon in der Siedlung, wo man dann in die Zelle ging und dort anrief. Und heute, ja, kann man sich gar nicht mehr retten vor Telefonen und ähnlichen Geräten. So schnell ist der Zeitlauf und so unterschiedlich sind auch die Generationen geprägt. Ich denke, die Geschwister, die schon 80 sind, für die ist nochmal eine ganz andere Welt heute. Die kommen da gar nicht mehr mit, möchte ich mal, weil ich komme schon kaum noch mit, ja, mit der jüngeren Generation. Und wir müssen einfach hier auch barmherzig zwischen den Generationen miteinander umgehen und sehen, ja, es ist manches anders. Es ist nicht alles gut, es ist auch nicht alles schlecht. Aber wir wollen es differenziert sehen, so wie es das Wort Gottes uns auch die Dinge beleuchtet. Das Gute behaltet, prüft alles und das Gute behaltet. Nun, ein Pastor kam in eine neue Gemeinde. Er begann zunächst mit einem fröhlichen Wirken. Er war sehr eifrig bei der Sache, aber plötzlich ging es nicht mehr so schnell voran und so gut. Es kam alles irgendwie ins Stocken und er hatte dann in einer Nacht einen ganz schrecklichen Albtraum. Ich weiß nicht, darf ich den hier erzählen? Es war wirklich ein schrecklicher Albtraum, aber ich hoffe, die Kinder können es verkraften. Er träumte Folgendes. Er wollte einen schweren Wagen auf einen hohen Berg hochziehen. Er griff die Deichsel, sie zog von vorne heraus und alle anderen in der Gemeinde schoben von hinten nach. Und es ging sehr flott erst mal die ersten paar hundert Meter auf den Berg hoch und dann merkte er aber, dass es irgendwie immer schwerer ging. Es wurde immer schwerer und irgendwann stand der Wagen still. Und dann drehte er sich um und schaute und staunte, denn die ganze Gemeinde saß plötzlich im Wagen. Und er zog noch allein an der Deichsel hoch. Ja, das ist das Ein-Mann-System, wie es in vielen Gemeinden ist. Gerade auch in den großen Kirchen oft oder wo dann so bezahlte Hauptamtliche nur sind. Aber das ist nicht biblisch, sondern die Gemeinde ist ein Organismus lebendiger Glieder, wo alle mitdienen dürfen und auch sollen gemäß ihren Gaben und Aufgaben. Eine Dienstgemeinschaft, so können wir auch sagen. Und das wünsche ich auch jeder Gemeinde, dass jedes Gemeindeglied vom Heiligen Geist geleitet, seine Gaben und auch Aufgaben erkennt. Noch ein Bild. In einer Postkutsche, da gab es früher drei Klassen. In dem Zug heutzutage, wir haben ja auch einige Lokführer hier, da gibt es zwei Klassen. Stimmt's? Übrigens, Albert Schweitzer hat mal gesagt, er fährt zweite Klasse, weil es keine dritte Klasse gibt. Ja, man soll also nicht unbedingt zu anspruchsvoll sein. Aber in der Postkutsche früher gab es drei Klassen. Die erste Klasse war die, wo man immer sitzen bleiben konnte. Da hat man ja auch viel bezahlt. Da sitzt man einfach, egal was passiert, ob die Pferde nicht mehr können, ob der Wagen stecken bleibt. Man konnte sitzen bleiben, erste Klasse. Dann die zweite Klasse, da musste man aussteigen, wenn es den Pferden zu schwer wurde. Aussteigen, aber sonst nichts tun. Einfach sein eigenes Gewicht nach außen befördern, damit es die armen Tiere leichter haben. Und dann gab es auch die dritte Klasse. Ratet mal, was man da tun durfte. Da durfte man aussteigen und auch schieben helfen. Da ich mich gern bewege, hätte ich mich wahrscheinlich auch in die dritte Klasse einstufen lassen. Aber das ist jedem seine Entscheidung. Nun ist es so, ich hoffe, wir alle gehören in der Gemeinde und geistlich gesehen zu welcher Klasse? Zu der, die sitzen bleibt, die keinen Finger rührt und ihr frommes Plätzchen hat. Das ist die erste Klasse. Nein, hoffentlich nicht. Dann gibt es die zweite Klasse. Was haben die getan? Sie sind ausgestiegen. Wenn es den Pferden zu schwer wurde, haben sie aber keinen Finger gerührt. Sie haben vielleicht gute Ratschläge gegeben. Zieht mal schneller, schiebt mal besser und so. Aber sie haben nichts selber angepackt. Sogenannten Besserwisser. Das ist auch problematisch. Sondern wenn man schon einen guten Rat hat, dann soll man es auch aktiv mit seiner Kraft praktisch einbringen. Nicht nur sagen, sondern auch handeln. Der Herr Jesus sagt ja, selig sind die, die das Wort Gottes tun. Die das nicht nur intellektuell irgendwie verarbeiten, sondern auch umsetzen in ihrem Leben. Und die dritte Klasse, das sind eben die, die wir hoffentlich alle sind, soweit wir Kinder Gottes schon sind, die mithelfen, die schauen, dass es vorangeht. Und das Ziel ist ja in der Gemeinde, dass Menschen gerettet werden, dass Menschen im Glauben gestärkt werden, dass wir alle die himmlische Herrlichkeit erreichen dürfen. Gereinigt durch das Blut Jesu Christi, das er am Kreuz von Golgatha stellvertretend für dich und mich vergossen hat, durch seinen Tod. Gut, ja, also es waren drei Beispiele. Jetzt wollen wir zu unserem Wort Gottes kommen und aus dem Titusbrief Kapitel 2. Ich möchte Vers für Vers da noch einiges dazu sagen. Ich werde heute ein bisschen kürzer machen. Warum, das werdet ihr am Schluss merken. Da gibt es noch eine kleine Überraschung heute. Ja, in Titus 2 Vers 1, da steht folgendes. Titus ist verantwortlich in der Gemeinde und er soll nicht schweigen. Wie oft sind wir ängstlich und schweigen, auch wo vielleicht Dinge nicht in Ordnung sind. Und es ist schwierig, es ist schwer zu ermahnen. Es ist auch nicht immer einfach zu trösten. Auch Seelsorge ist eine Aufgabe, die auch nicht jedem geschenkt ist. Da brauchen wir viel Geduld dazu. Aber rede, schweige nicht. Und zwar rede so, wie es sich zieht, nach der heilsamen Lehre. Es sollen keine Irrlehren in die Gemeinde kommen, keine Dinge, die der Bibel widersprechen, sondern das, was mit dem Wort Gottes, so wie es geschrieben steht, übereinstimmt. Das ist die heilsame Lehre. Wir sollen nichts hinzutun und nichts wegfügen, also wegtonen oder hinzufügen. Offenbarung 22, ja, auf dem liegt ein Fluch, der das Wort Gottes verändert. Nun kommen hier die einzelnen Generationen. Es ist auch auffallend, welche Eigenschaften jeweils hier genannt sind, wo auch besondere Wachsamkeit geboten ist. Heute würde man vielleicht so nicht mehr sagen, in unserer vornehmen Gesellschaft, alte Männer, alte Frauen, junge Männer, junge Frauen, wie sagt man heute zu älteren Menschen? Seniorinnen und Senioren, ist auch nicht verboten. Aber man muss auch zu seinem Alter stehen. Ich würde mich jetzt nicht mehr als jungen Mann betrachten. Und wenn wir uns so annehmen, wie wir sind, wie Gott uns geschaffen hat, wie auch unser Lebensverlauf ist, dass wir auf die Ewigkeit zugehen, dann werden wir auch glücklich sein und dankbar sein, so wie wir sind. Wenn wir 60 sind, sind wir 60, wenn wir 18 sind, sind wir 80. Und desto näher sind wir am Reich Gottes. Und so steht hier den alten Männern. Nun, ab wann ist man alt? Da kann man darüber diskutieren. Man ist so alt, wie man sich fühlt, sagt man auch. Ich fühle mich manchmal wie 80, manchmal wie 20. Hängt von der Situation ab, ob ich gerade krank bin oder gesund bin. Ja, da ist schon was dran. Aber man sollte sein Alter realistisch annehmen. Und ich denke auch, dass das auch an mich gerichtet ist, was hier steht in Vers 2. Gerade auch an die älteren Männer und Brüder. Aber natürlich auch prinzipiell an jeden Christen. Diese Ermahnungen, diese Hinweise, die gelten für jeden Christen, ob er auch alt oder jung ist. Aber hier besonders jetzt die älteren. Ja, was soll Titus, nicht Timotheus, ja, Titus ihm sagen? Dass sie nüchtern seien, ehrbar, besonnen, gesund im Glauben, in der Liebe, in der Geduld. Gut, nüchtern, ich kann es jetzt nur kurz alles erklären. Das heißt erstens, sie sollen keine Alkoholiker sein. Sie sollen nicht in irgendwelche Süchte gebunden sein. Keine Bindung irgendwelcher Ader, negative Dinge, die sündig sind. Sie sollen einen klaren Kopf behalten, wenn sie ein Urteil oder einen Ratschlag abgeben. Nicht eigenmächtig Ratschläge den Jüngeren geben, sondern das Wort Gottes befragen, die Bibel befragen. Wer weise und besonnen ist, der wird immer erst im Wort Gottes fragen. Was sagt denn Gott dazu? Denn auch wenn wir älter sind, vielleicht schon mehr Lebenserfahrung haben, vielleicht mehr Weisheit als die Jüngeren. Aber wir haben das nicht von uns aus, sondern nur durch den Geist Gottes und durch sein Wort, das sind es immer wieder korrigiert. Ich bin auch oft töricht und man sagt auch, Alter schützt vor Torheit nicht. Das ist auch ein Satz, es gibt manchmal auch törichte, alte Menschen, die denken, sie müssen so leben wie die Jungen, müssen da auf den Tanzboden gehen, allen möglichen Unsinn machen. Aber das ist leider so und dann lassen sie sich irgendwelche Schönheitsoperationen machen, was auch immer. Ich weiß es nicht, aber also Alter schützt vor Torheit nicht. Wenn man sich so annimmt, wie man ist, ist es doch wunderbar. Ja, allzu nüchtern, klarer Kopf bei Ratschlägen, beim Urteil und dann heißt es weiter, ehrbar sollen sie sein. Sie sollen einen guten Ruf haben, auch nach außen hin. Man soll ihnen nichts Übles nachsagen können. Besonnen heißt, sie sollen kein Heißsporn sein, sie sollen nicht ein Opfer ihrer Gefühle, ihrer Emotionen sein, sondern sie sollen auch hier in Ruhe zum Herrn beten, nach seinem Willen fragen, nichts überstürzen. Und dann auch gesund im Glauben, in der Liebe, in der Geduld. Das Glaubensleben sollte auch in Ordnung sein, allein in der biblischen Glaube und auch gesund in der Liebe. Nicht von oben herab über andere urteilen, wenn sie Ratschläge geben, wenn sie Seelsorge ausüben, sondern auch sagen in der Liebe, ich bin auch ein begnadigter Sünder, genauso wie du. Ich kann mich und möchte mich nicht über dich stellen. Und das ist auch ein Kennzeichen der Demut, gerade auch für ältere Brüder, dass sie sich nicht über die Jüngeren stellen, sondern sagen, wir sind allesamt begnadigte Sünder. Und in der Geduld. Ja, Geduld im Umgang miteinander, das brauchen wir auch in der Gemeinde. Es ist nicht immer alles perfekt, weil wir sind immer noch Menschen, die angefochten werden vom Satan. Und mit der Sünde wollen wir keine Geduld haben, aber mit dem Sünder und ihn immer wieder auf den rechten Weg weisen, auch uns selber korrigieren lassen, dass wir auf dem schmalen Weg bleiben, uns reinigen lassen durch das kostbare Blut unseres Herrn Jesus Christus. Ja, soweit sind älteren Männern dann, die älteren oder alten Frauen. Sie sollen sich verhalten, wie es sich für Heilige ziemt. Nun, es gibt ja manche Vorbilder in der Glaubensgeschichte von älteren Frauen, die sich hingegeben haben, ganz für den Herrn, die sich aufgeopfert haben für ihre Kinder, die nicht so sehr an sich gedacht haben, sondern für ihre Familie gesorgt haben, bis zur Selbstaufopferung. Und es ist eine Würde des Alters, auch das graue Haupt, vor dem wir aufstehen dürfen. Und so sagt uns ja das Wort Gottes, wir sollen uns dessen nicht schämen, das ist meine Meinung dazu. Und wie es sich für Heilige ziemt, das heißt eben, dass sie fürsorglich sind für ihren Ehemann, für ihre Kinder. Und dann werden auch weitere Kennzeichen genannt. Sie sollen nicht verleumderisch sein. Ist offenbar eine besondere Problematik für ältere Frauen, ich weiß es nicht, aber ich denke auch genauso für Männer, aber es wird hier jetzt bei den Frauen genannt. Da steht im Griechischen ein Wort Diabalo, vom Diabolos, vom Durcheinanderbringer, das ist ja der Teufel. Manch hat schon gedacht, sie sollen nicht teuflisch sein, aber das steht so nicht. Das Wort Diabalo heißt eben verdrehen, durcheinanderwerfen. Und dieses Nichtverleumden, das ist ganz grundlegend. Die Tratsch- und Glatschsucht, die zerstört so viel. Und wir sollen ja alles durch die Siebe gehen lassen, durch mehrfache Sieb. Ist das überhaupt wahr, was wir zugetragen bekommen haben und vielleicht weiter sagen? Ist das gut? Ist das notwendig? Und selbst wenn es wahr ist, ist es nicht gut, wenn ich diesen Schmutz weiter verbreite. Ich beschmutze mich auch selber damit. Es gibt eine Ausnahme, wenn wirklich die Gemeinde gewarnt werden muss vor Irrlehren, vor falschen Lebensweisen, vor Dingen, die Sünde sind. Das ist dann keine Verleumdung, sondern Geistesprüfung. Prüft die Geister, ob sie von Gott sind. Aber wenn es nur darum geht, mich selber besser darzustellen, indem ich den anderen heruntermache, das ist Verleumdung, das ist Tratsch und Glatsch. Und das sollte nicht sein. Prüfen wir uns und hüten wir uns, wo der Teufel uns die Zucht der Zunge hinwegnehmen will. Das heißt im Jakobusbrief, wer die Zunge im Zaum hält, der kann auch sein ganzes Leib, sein ganzes Leben beherrschen. Wenn aber mit der Zunge jemand sehr schnell ist, was Sünde angeht und Tratsch und Glatsch, dann ist er auch sonst nicht unter der Kontrolle des Heiligen Geistes. Nicht verleumderisch sollen wir sein. Dann steht weiter ein Wort, nicht dem Trunk ergeben oder nicht dem Wein oder vielem Wein ergeben. Nun, ich möchte es mal so versuchen zu verstehen. Es wird gerade bei den älteren Frauen genannt, sicher auch überhaupt bei älteren Menschen. Sie haben so oft die Einsamkeit des Alters, vielleicht manche Not, manche Isolation. Ich finde schön, dass die Jugend, unsere Jugend auch ältere Menschen besucht. Das ist ein ganz wichtiger Dienst, auch die Gastfreundschaft, gerade bei Einsamen in der Gemeinde. Ja, dass wir das immer wieder praktizieren. Aber wenn jemand einsam ist im Alter, vielleicht auch krank und schwach, dann sucht man oft solche Tröster. Ja, und da ist ein Tröster bei vielen Weltmenschen eben der Alkohol. Und dann kommen sie vielleicht erst im Alter in die Trunksucht. Das ist oft eine große Not. Ja, so ein Gläschen Wein ist mein einziger Not. Und so heißt es dann, aber wenn jemand Jesus hat, ist das die wirkliche Kraft, der wirkliche Herr, der immer bei uns ist. Und wie gut, wenn wir auch als Geschwister einander besuchen, einander nicht verlassen, einander dienen, füreinander da sind. Damit keiner sagen muss, ob er jetzt jung oder alt ist, ich bin einsam, ich muss mich irgendwie in Drogen und in den Rausch flüchten. Es ist traurig, wollen wir auch da wachsam sein in der Gemeinde aufeinander. Oder wer vielleicht einsam ist, wer in der Gefahr steht, irgendwie anderswo Troste suchen. Nicht bei Jesus, sondern in irgendwelchen Dingen, die nicht gut sind. Also diese Warnung, nicht hier zur Flasche zu greifen, sondern zur Bibel, zum Wort Gottes, ist ganz grundlegend. Wenn man da mal reingerutscht ist, ist es schwer wieder rauszukommen. Das wissen wir von vielen Menschen, auch in unserer Stadt, die so tief hier abgestürzt sind in den Alkoholismus oder in die Drogensucht. Wenn wir solche kennen wollen, wir auch für sie beten und auch für sie uns Zeit nehmen, um ihnen zu helfen. Und auch aufpassen, dass wir nicht selber in irgendwelche Süchte, gibt es ja tausende Möglichkeiten, hineinkommen. Auch übermäßiger Süßigkeitenkonsum kann eine Sucht sein. Das merkt man dann auch, wenn man dann irgendwie ansetzt, Kummerpraline und was es alles gibt. Wollen wir aufpassen, man kann das schon genießen, aber es sollte nicht im Übermaß und nicht als der entscheidende Seelentröster an die Stelle des Herrn treten. Das heißt einmal, es soll uns nichts gefangen nehmen im Wort Gottes. Und ich versuche auch immer darauf zu achten, dass mich nichts gefangen nimmt. Auch nicht das Internet, das ist auch eine große Gefahr, dass man da zu viel Zeit verbringt und vielleicht Dinge tut, die nicht gut sind. Stellt euch eine Uhr hin, legt euch eine Zeitbeschränkung auf, guckt, dass ihr nur die Arbeit drauf macht und nichts Überflüssiges. Dann ist es zum Segen, ansonsten wird es sehr schnell zum Fluch. Nun, wir sind hier in älteren Frauen, aber wir sehen, das ist natürlich auch für alle Generationen und für beide Geschlechter von Interesse. Sie sollen sich verhalten, wie es sich für heilige zielt, nicht verleumderisch sein, nicht im Trunk ergeben. Und jetzt kommt das Positive, liebe Geschwister. Sie sollen aber Gutes lehren. Und wen? Vor allem die jungen Frauen. Sie sollen nicht die Männer belehren. Das wäre eine Verkehrung der Hauptordnung gemäß Epheser 5, wo es ja heißt, der Mann ist das Haupt der Frau, so wie Christus das Haupt der Gemeinde ist. Das kann nicht umgedreht werden, so wie es leider heute oft geschieht. Diese Schöpfungsordnung bleibt in alle Ewigkeit bestehen, solange wir auf Erden sind jedenfalls. Also solange wir auf Erden sind. Und Gutes lehren, das wird hier jetzt konkret gesagt in Vers 4, was sie gerade die jungen Frauen, vielleicht auch die Enkelkinder lehren können. Sie sollen die jungen Frauen anhalten, und das bezieht sich jetzt auch schon auf die jungen Frauen dann wiederum, dass sie ihre Männer lieben, ihre Kinder lieben, besonnen seien, keusch, häuslich, gütig und sich ihren Männern unterordnen, damit nicht das Wort Gottes verlästert werde. Also da wird eine ganze Reihe genannt, auch für die jungen Frauen, für die jungen Schwestern, was auch wichtig ist. Und wie gut, wenn auch unsere älteren Schwestern hier für die jüngeren Schwestern gute Ratgeberinnen, Lehrerinnen des Guten sind. Ich möchte hier auch heute die älteren Schwestern ermutigen, auf die jüngeren Schwestern zuzugehen und ihnen auch diesen guten biblischen Rat weiterzugeben. Habt Mut, hier einander zu helfen, einander zu dienen. Und es ist schlecht, wenn es von den Brüdern oder Männern kommt, auch diese Ermahnungen, die hier stehen. Es sollte, es steht hier ganz klar, von den älteren Schwestern kommen. Und was soll nun auch für die jüngeren Schwestern wichtig sein und gelten? Sie sollen ihre Männer lieben. Nun wissen wir, im Epheserbrief steht, ihr Männer liebt eure Frauen, ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter. Und hier steht jetzt die Ergänzung, auch die Frauen werden aufgerufen, ihre Männer zu lieben. Also es ist ja beide Geschlechter, die Liebe. Die Männer sollen ihre Frauen lieben und die Frauen ihre Männer. Das ist an sich auch ganz klar und ganz normal. Und sie sollen ihre Männer lieben, natürlich nur ihren eigenen Mann. Also die jeweilige junge Frau, ihren jeweiligen eigenen Mann. Keine falschen oder sündigen Gedanken. Der eigenen Ehemann lieben. Das ist vielleicht nicht immer einfach, weil man lernt sich spätestens nach der Hochzeit kennen. Und deshalb ist gut, wenn man vorher schon offen über alles redet. Offen über alles redet und auch offen sagt, wo die Schwachpunkte liegen, wo die Anfechtungen liegen. Damit auch die zukünftige Ehefrau, der zukünftige Ehemann weiß. Ja, also da muss ich aufpassen. Kann ich damit leben? Kann ich das ertragen? Kann ich da meinem Mann helfen oder meiner Frau helfen und beistehen? Kann ich das akzeptieren? Also gut ist, wenn man das frühzeitig klärt. Wenn man dann schon verheiratet ist und es stellt sich heraus, dass eben der Wunderprinz aus dem Märchen doch nicht so perfekt ist oder die Prinzessin und das ist auch einfach Realität, dann geht es darum, den Herrn um Kraft zu bitten und auch um Vergebungsbereitschaft, dass man einander trotzdem liebt. Und die Liebe zeigt sich gerade, liebe Geschwister, ich sage es auch aus eigener Erfahrung, aus der Vergebungsbereitschaft und Barmherzigkeit. Ich brauche jeden Tag die Vergebung meiner Frau und sie vielleicht auch meine und auch die Kinder und hin und her. Es ist in der ganzen Familie so, weil es kann schon ein Wort falsch verstanden werden, vielleicht einen falschen Klang haben. Gerade die Männer haben das Problem, dass sie im Bass reden und das klingt dann immer ein bisschen härter, als wenn die Frau mit ihrer schönen hohen Stimme was sagt. Und da wird man jetzt auch missverstanden. Ich sage, ich rede einfach so tief. Okay, vor allem wenn ich erkältet bin, das ist noch tiefer. Nein, aber wenn ein falsches Wort herausgerutscht ist, dann sollte man das möglichst nicht über Nacht anstehen lassen, sondern spätestens am Abend, so sagt uns das Wort Gottes, die Sonne nicht untergehen lassen, ehe du verzeihst. Wenn ihr das praktiziert bei der abendlichen Andacht, dann nehmt ihr nichts Bitteres, keine bittere Wurzel mit in die Nacht. Ist es so? Die Ehepaare frage ich jetzt, ganz wichtig, damit sich da nichts anstaut, sonst ist irgendwann die Ehe kaputt. Wenn man die Dinge nicht bereinigt in einer Ehe, wo man nicht miteinander redet, ist es im Grunde keine Ehe mehr. Wo man nicht über Existenzielles redet, so meine ich jetzt, nicht über das Wetter, sondern über existenzielle Dinge. Was bewegt dich, was bewegt mich, wo kann ich dir helfen? Das ist ganz wichtig. Also, die jungen Frauen sollen ihre Männer lieben. Als nächstes, sie sollen ihre Kinder lieben. Ja, das ist auch nicht immer einfach. Kinder sind, so wie sie sind, sie sind manchmal sehr lieb, sehr putzig, sehr drollig und knuffig und wie man so sagt, aber manchmal sind sie auch sehr laut oder sehr aggressiv und ja, lieben wir sie trotzdem und ermahnen wir sie gerade aus Liebe. Wer sein Kind lieb hat, der lässt es nicht ins Verderben laufen. Der setzt ihm auch heilige Grenzen, die das Wort Gottes gibt. Und das ist leider heute in unserer Gesellschaft, auch in unserer Gesetzgebung zum Teil, nicht mehr vorhanden. Und hier müssen wir Gott mehr gehorchen als den Menschen. Ich sage es mal so, ich deute das jetzt nur an. Und wir sollten auch hier heilige Grenzen wahren, natürlich ohne die Kinder zu misshandeln. Das ist ganz klar, das darf nicht sein. Aber es muss alles aus Liebe geschehen. Und es sollte in Verantwortungsbereitschaft geschehen, der Mütter und der Väter. Ich sehe mich da auch immer in der Verantwortung genommen und es ist manchmal nicht einfach. Aber wie gut, wenn man dann sich versöhnt, wenn die Kinder auch einfach sehen, es ist aus Liebe, dann können sie es annehmen. Und wenn man es ihnen dann auch erklärt, dass das nicht richtig war, das dürfen wir auch immer wieder machen, euch das erklären. Und auch wenn wichtig ist, auch wenn wir als Eltern versagt haben oder ich als Vater, dass ich dann auch mich unter den Herren und auch unter die Kinder stelle und sage, vergibst du mir, es tut mir leid. Habe ich auch schon oft praktizieren dürfen. Ja, stimmt. Komme ich schon manchmal und sage, es tut mir leid, es war jetzt nicht richtig. Da war ich zu laut oder wie auch immer. Ja, liebe Geschwister, wir wollen so ein bisschen auch aus der Praxis die Dinge betrachten. Und dann kommt weiter, jetzt komme ich doch langsam schon in Zeitdruck. Auch die Frauen sollen von den älteren Schwestern ermahnt werden oder angewiesen werden, dass sie besonnen seien. Also nicht im Zorn handeln oder nicht in Emotionen jetzt den freien Lauf lassen, genauso auch wie bei den jüngeren Männern, was dann gleich noch kommt. Sie sollen auch die Kinder nicht im Zorn erziehen. Die Disziplinierung erfolgt unter Gebet und Weisheit in Maßen. Und dann ein großes Thema, das kann ich jetzt nur andeuten, sie sollen keusch sein, sittsam. Wir wissen ja, der innere Schmuck des Herzens ist das Entscheidende, ja, nicht der äußere Schmuck. Und keusch heißt eben auch, dass die Kleidung sittsam sein soll. Sie soll nicht für die Männer zum Anstoß werden. Und da müssen wir alle darauf achten. Und es ist auch die Aufgabe der älteren Schwestern, hier mit den Jüngeren zu reden, wenn das nicht immer der Fall sein sollte. Jede Schwester, auch jeder Bruder sollte sich fragen, was sollte, was wird der Herr Jesus dazu sagen, zu meinem Aussehen, wie ich auftrete. Ob es in der Gemeinde ist oder auch in der Öffentlichkeit, ja, bin ich ein Anstoß für andere Menschen. Wenn jetzt ein Bettel hereinkäme in zerlummter Kleidung, ist das okay, der darf sich auch in die erste Reihe setzen, ja. Aber wenn wir schon gereinigt und geheiligt sind durch das Blut des Lammes, dann wollen wir auch durch unsere Kleidung, durch unsere Sauberkeit und auch die Sauberkeit unserer Worte, unserer Gedanken und Taten, den Herrn verherrlichen und widerspiegeln. Und das zeigt sich eben auch in der sittsamen Kleidung, gerade auch bei den Schwestern. Also was würde der Herr Jesus dazu sagen? Nacktheit hängt immer mit Besessenheit zusammen, das sehen wir bei dem besessenen Gadarener. Als er sich bekehrt hat, da hat er sich begleitet. Und heute, die heutige Gesellschaft ist darauf aus, die Menschen auszuziehen, bloßzustellen, dass alles immer kürzer wird und immer mehr zur Schau gestellt. Das ist ein Zeichen der endzeitlichen Besessenheit. Und da wollen wir nicht mitmachen, sondern, ich sage mal so, ein positives Signal setzen für ein geheiligtes Leben. Für ein geheiligtes Leben. Nun werden weitere Kennzeichen genannt für die Frau, für die jüngere Frau vor allem auch, aber auch für die ältere. Sie soll häuslich sein. Hier könnte ich jetzt, wenn ich noch mehr Zeit hätte, ich werde es vielleicht doch tun, wir wollen es auch nicht unter Zeitung setzen lassen, aus Sprüche 31 lesen einige Verse aus dem Loblied der tüchtigen Frau. Sprüche 31, das sind wunderbare Beschreibungen. Und da steht zwar viel über Häusliches, es steht aber auch, dass auch die Frau hier Geschäfte tätigt und manches andere macht. Das steht hier im Wort Gottes. Also Sprüche 31, Abvers 10. Wem eine tüchtige Frau beschert ist, die ist viel edler als die köstlichsten Perlen. Das Herz ihres Mannes kann sich auf sie verlassen und an Nahrung wird es ihm nicht fehlen. Sie tut ihm Liebes und kein Leid ihr Leben lang. Sie geht mit Wolle und Flachs um und arbeitet gern mit ihren Händen. Sie ist wie ein Kaufmannsschiff, das seine Nahrung von fern herbeibringt. Sie steht vor Tagesbeginn auf und gibt ihrem Haus die Speise und ihren Dienerinnen ihr Essen. Sie denkt über einen Acker nach und kauft ihn und pflanzt einen Weinberg von den Früchten ihrer Hände. Sie gürtelt ihre Lenden mit Kraft und stärkt ihre Arme. Sie merkt, wie ihr Handel Gewinn bringt. Ihre Lampe verlischt auch nachts nicht. Sie streckt ihre Hand nach der Spinnrolle aus und ihre Finger fassen die Spindel. Sie breitet ihre Hände zum Armen aus und reicht dem Bedürftigen ihre Hand. Sie fürchtet für ihr Haus nicht den Schnee, denn ihr ganzes Haus hat zweifache Kleidung. Sie macht sich selbstdeckend feines Leinen und purpur ist ihr Kleid. Ihr Mann ist bekannt in den Toren, wenn er bei den Ältesten des Landes sitzt. Sie macht einen Rock und verkauft ihn, einen Gürtel gibt sie dem Händler. Kraft und Hoheit sind ihr Gewand und sie lacht dem kommenden Tag entgegen. Sie tut ihren Mund auf mit Weisheit und auf ihrer Zunge ist freundliche Belehrung. Sie schaut darauf, wie es in ihrem Haus zugeht und isst ihr Brot nicht mit Faulheit. Ihre Söhne stehen auf und preisen sie glücklich. Ihr Mann lobt sie. Viele Töchter haben sich als tüchtig erwiesen, aber du übertriffst sie alle, sagt ihr Mann zu ihr. Und jetzt die letzten Verse des Buches Sprüche. Anmut ist trügerisch und Schönheit vergeht. Eine Frau, die den Herrn fürchtet, soll man loben. Gebt ihr von den Früchten ihre Hände und ihre Werke werden sie in den Toren loben. Ihr seht, wie vielfältige Aufgaben auch hier eine gläubige Frau hat. Die Frage der Berufsausbildung klingt ja auch an. Soll eine gläubige Tochter eine Berufsausbildung machen? Ich denke schon. Man weiß ja auch erstens nie, ob sie wirklich heiratet später. Und zweitens ist es gut, wenn sie einen Beruf hat, auch wenn sie später für die Familie da ist und den Beruf nicht unbedingt ausübt. Ich bin schon der Meinung, dass es kein Fehler ist, wenn man nach der Schule noch eine Ausbildung macht. Manche sehen es vielleicht anders, aber aus den gesagten Gründen würde ich es durchaus gutheißen. Auch vom Wort Gottes her wird ja manches hier genannt, was auch mit Beruf zu tun hat. Aber, liebe Schwestern, ihr solltet nie die Familie, die Kinder vernachlässigen. Indem man jetzt den ganzen Tag im Beruf steht und dann Ersatzmütter holt und alles Mögliche. Das halte ich nicht für richtig. Und die Kinder sollten auch nicht zu früh in Hort oder Kindergarten oder was auch immer, sie sollten zumindest nicht so früh hin, solange sie überhaupt noch nichts entscheiden können. Also ich würde nicht vor vier oder fünf Jahren, das ist meine persönliche Meinung, Kinder anderen Betreuerinnen anvertrauen. Ja, das ist meine Meinung, weil man weiß nie, welche Einflüsse da kommen aus der Welt. Ja, nun, liebe Geschwister, wir müssen so langsam zum Ende kommen. Wir haben ja nachher noch einen Programmpunkt gleich. Sie sollen ihre Kinder lieben, besonnen sein, keusch, häuslich, gütig und sich ihren Männern unterordnen, damit das Wort Gottes nicht verlästert werde. Das heißt also, die Unterordnung, es soll nicht so sein, dass eine Frau in ständiger Rebellion gegen ihren Mann steht, sondern, ich sage mal so, wenn wir Männer unsere Frauen wirklich lieben, dann wird es für die Frau nicht schwer sein, sich auch liebend ihrem Mann unterzuordnen. Bei letztgültigen Entscheidungen, wenn der Mann das vom Wort Gottes her geprüft hat und man auch gemeinsam darüber geredet hat, dann sollte der Mann die letzte Autorität in der Familie haben zu entscheiden. Wenn das nicht ist, dann wird es endlose Kämpfe geben. Der Mann sollte das nicht ausnutzen zur Tyrannei, aber man sollte das besprechen und aber in letzter Entscheidung hat der Mann als das Haupt die Verantwortung. So sagt es das Wort Gottes. Deshalb steht hier, damit nicht das Wort Gottes verlästert werde. Und jetzt noch kurz zu den jungen Männern. Das gleiche Normale, die jungen Männern, dass sie besonnen seien. Sie sollen nicht von ihren Trieben beherrscht werden. Das ist gerade bei jungen Männern auch hormonell bedingt zum Teil sehr stark, ja, dieses Triebleben gerade in dieser Zeit. Und wenn man da allein lebt, ist es nicht immer einfach, da auch rein zu bleiben. Aber der Herr kann auch da Kraft schenken. Man kann dieses durch Sport, aber vor allem durch den Glauben auch ersetzen lassen, dass man nicht ein Opfer seiner Triebe wird. Man sollte auch das, was einem zur Sünde wird, verschließen. Hier Dinge aus dem Haus schaffen, die nicht gut sind oder gar nicht erst hineinholen. Vor allem auch der Fernseher ist ein großes Problem und solche Dinge. Also man sollte sich da nicht selber in Versuchung und Anfechtung bringen. Das ist das, wenn der Herr Jesus sagt, reiße das Auge aus, damit es dich nicht zum Fall verleitet. Ein gesunder, nüchterner Glaube sollte es sein. Und so lese ich noch abschließend, ohne das jetzt noch auslegen zu können, die Verse, wo es heißt. An den Titus mache dich zum Vorbild guter Werke mit unverfälschter Lehre, mit Ehrbarkeit, mit heilsam und mit unteiligem Wort, damit der Widersacher beschämt werde und nichts Böses habe, dass er uns nachsagen kann. Amen. Jetzt möchte ich euch bitten aufzustehen, mit uns beten, dann wird der Chor singen und dann machen wir weiter.